Hallo, ich heiße Jon Eivett Lindquist und bin gebeten worden, einen kleinen Film über mein neues Buch Menschenhafen zu machen. Ich habe mir überlegt, dass wir dazu in meine Schreibstube da oben gehen. Zum Zeitpunkt dieses Films ist das Buch Menschenhafen noch nicht fertig, aber man hat mir freundlicherweise ein Exemplar des Umschlags geschickt, der so aussehen wird. Und den hängen wir jetzt auf, damit wir nicht vergessen, worüber wir reden. Menschenhafen beginnt an einem Wintertag, an dem ein Mann und eine Frau mit ihrer Tochter einen Skiausflug auf dem Eis machen wollen, und zwar zu einem zwei Kilometer entfernten Leuchtturm namens Gowasten. Sie ziehen ihre Skia an, laufen zu dem Leuchtturm und können sogar hinaufsteigen und sich den Reflektor anschauen. Dann geht die Tochter hinunter, um auf dem Eis zu spielen und kurz darauf kommen die Eltern nach. Als sie unten sind, können sie das Mädchen nicht finden. Der Leuchtturm steht auf einem kleinen Felsen, der Leuchtturm selbst ist nicht groß. Schneebedeckt, erstreckt sich das Eis kilometerweit in alle Richtungen. Das Mädchen trägt einen roten Schneeanzug, es kann einfach nicht verschwunden sein, aber es ist fort. Zwei Jahre später kehrt der Mann, mit Namen Anders, auf die Insel zurück. Er ist deprimiert und trinkt, seine Ehe ist nach dem Verschwinden der Tochter in die Brüche gegangen, und er zieht wieder in sein früheres Haus. Dort erreicht ihn eine Nachricht von seiner Tochter. Wenn sie denn von seiner Tochter ist. Menschenhafen gab mir auch die Chance, einen Menschenschlag zu porträtieren, der mich fasziniert, den alten Zauberer. Und den Zauberer wollte ich auch mit der Liebesgeschichte des Romans verbinden. Vor ein paar Jahren habe ich diese Postkarte bekommen. Es war für mich eine Herausforderung, eine Liebe zwischen zwei alten Menschen zu schildern, die diesem Foto entspricht. Nun, also hängen wir die Karte auch auf. Der alte Zauberer, er heißt Simon, findet am Anfang des Buches etwas. Er findet ein Insekt und erkennt, dass es ein sogenannter Spiritus ist. Dieser gibt ihm erst jetzt, auf seine alten Tage, als er es nicht mehr braucht, die Chance, richtige Magie anzuwenden. Eine andere Grundidee für Menschenhafen war ziemlich einfach, aber schwer einzubauen. Ich wollte gerne zwei Teenager-Gespenster dabei haben, für die dieses Lied von Morrissey sehr wichtig gewesen ist. Nobody loves us heißt es, und die beiden Gespenster, die auf einem Frachtmoped herumfahren und nur in Zitaten von The Smith reden, sind die Bösen in meinem Buch. Das war alles, was ich heute erzählen wollte. Ich hoffe, ihr mögt Menschenhafen mindestens halb so viel wie ich. Es ist eine episch breite, lange Erzählung aus den Stockholmer Scheren, die von einem verschwundenen Kind und den Kräften handelt, die es verschwinden ließen. Von einem Kind und die Kräften handelt, die von einem Scheren und die Kräften handelt, die von einem Scheren haben zu verschwinden. Musik 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 Vielen Dank.